Wie viel hast du denn da? Gib mir mal die Skier da. Ist ja eine ganze Menge Geld. Das wirft viel ab, die Skier, wie? Wie viel sind die wert? Neu, inklusive Verbindung, zwölf, dreizehnhundert. Ach echt? Was bringt dir das Paar? Und ein Ski wie der da, zweihundert, locker. Ja, sieht super aus, he? Du stellst das Rad immer auf Wolle, ja? Dann gibst du ein paar Tropfen Wachs drauf. Ungefähr so. Von vorn bis hinten. Genau so, ja? Schön die Löcher auffüllen, ja? Alle Löcher zumachen. So. Soll sich anfühlen wie ein Babypo. Wie ein was? Wie ein Babypo. Je glatter, desto mehr Kohle kriegst du. Hier, probierst du. Schön in der Gleitrichtung. Zünd mir mal eine Kippe an. So, oder? Pass auf, du verbrennst in dem Melak. Immer gleichmäßig bewegen. Genau so. Das geht schon. Ich bin ja kein Krüppel. Wo hast du das gelernt? Durch's Zugucken hab ich's gelernt. Oh, oh. Da ist ein fetter Steinkratzer drin. Siehst du den? Schau dir das Loch an. Pass auf, du versaust alles. Jetzt hast du's versaut. Das ist jetzt voll im Arsch. Danach ziehst du den Spachtel von der Spitze Richtung Bindung. Siehst du? Es muss wieder wie neu aussehen. Lass mich, ich mach's schon. Ich muss los. Wohin? Ich muss los, hab ich gesagt. Du bist noch nicht fertig. Wir arbeiten hier. Du musst hier fertig wachsen. Genug jetzt, Simon. Du bist nicht mein Boss. Ich mach's morgen. Scheiße. Jetzt stinke ich nach Wachs. Wer ist denn der Blödmann? Scheiß Wachs geht überhaupt nicht ab. Krieg ich einen Vorschuss? Damit komm ich nicht weit. Hast du ein bisschen mehr? Wann kommst du wieder? Wie viel Uhr? Boah, ist ja gut. Hier. Hier, nimm. Dann rate ich Ihnen am besten zu diesem Modell. Die hat 100 % UV. Good one. 35 kostet die. Wo ist denn das Zeug her, Kleiner? Aus einer Lagerräumung. Aus einer Lagerräumung? Ich hab Arsch, du Wichser. Hast du einen gekauft? Klar hab ich einen gekauft. Wo hast du das gelernt? Ich hab zugeguckt. Ganz einfach. Soll sich anfühlen wie ein Babypro. Und wie viel verlang ich noch mal? Du hast den ganzen Belag gewachst. Also mindestens 200. Would you like to join us? Ja. Oh, vielen Dank. Danke, Madame. Wir haben deinen ganzen Kram ausgegraben. Den kleinen Müll zum großen Müll. Und? Wie findest du sie? Die Spitze. Die macht einen hübschen Arsch. Ach, du bist doof. Wo wohnst du sonst, Simon? Natürlich bei meinen Eltern. Unsere Familie ist wie die Bronx. Deshalb ist er da. Er kommt, er geht. Was ist das für eine Geschichte? Was soll denn der Scheiß? Ich hätte es Jahrhundertpro noch gesagt. Was wird das schon ändern? Was wird das schon ändern? Was wird das schon ändern? Ich werde das schon ändern. Ich werde das schon ändern. Wegen, ich werde das schon ändern. Was ist das schon ändern? Was immer mehr so ändern? Ich wäre das schon immersive. Ich werde das nicht besser. Ich werde das schon ändern. Untertitelung des ZDF, 2020